In Euten liest Sportreporter Helmut Poppen aus seinem neuen Buch. Helmut Poppen! Du kannst doch nicht arbeiten. Ich kann doch keinen Text mehr vor. Helmut Bumsen. Lies Sportreporter Helmut Poppen aus seinem neuen Buch unter dem Titel Die schwarze Wegfahrspere. Lass einfach laufen. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Philipp Bursch. Das ist so. Stopp! Ja, was ist das mit Joysticks? Helmut Poppen! Ach ja. Ein Dreifachtusch für Wilhelm Busch. Helmut Poppen. Helmut Pumsen. Oh ne, ich kann nie mehr. Ich will sterben. So. In Euten liest Sportreporter Helmut Poppen. Ich zieh das jetzt durch. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Wilhelm Busch gefreinigt. Oh Gott. Die ist jetzt in meiner eigenen Rotze. So. Okay. In Lohne wird der Welttag des Buches mit einem Theaterstück unter dem Motto Ein Dreifachtusch für Wilhelm Busch. Stopp!